Das Lager der Jungwacht um Blauringersau in Haslibergreuthi. Es ist morgen um 8 Uhr und ausser den Leitern schlafen noch alle. Darum geht es jetzt auf die grosse Wecktour. Das Ferienlager der OTV macht sich gerade mal richtig beliebt. Kaum auf den Beinen wird das Gesicht gewaschen und der Mundgeruch beseitigt. Ja, sauber will man sein, so oder so. Dann diese Klänge hier, die beiden Uelis am Höreln. Das ist eigentlich eine Art Trompeten, die nur mit Naturton funktioniert. Also man hat da eben kein Ding. Das ist ein Knöpfen, den man drücken kann. Einfach mit Naturtonen. Das ist bei uns jetzt das Gersa-Jungwach-Gersa, also der Tagwache. Oder wenn wir uns zusammenholen wollen, dann mit dem Höreln. Um die ganze Welt geht es im Lager. Darum leben die Griechen, die Cowboys und viele mehr zusammen auf dem gleichen Platz. Ah ja, und ganz moderne Leute hat es dann natürlich auch noch im Lager. Wir machen Kleider für eine Hip-Hop-Gruppe. Dann machen wir sie selber. Jo, 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 aber es hat auch Gallier im Lager. Oder Araber. Sie sind gerade auf der Suche nach Öl. Im Wald müsste es eigentlich haben, weil an allen anderen Orten haben sie keines gefunden. Ja, ähm, in der Stadt haben wir schon einmal geschaut. Jetzt hatten wir aber keinen Erfolg. Leider. Ah ja, und in all diesen friedlichen Völkern, bei der Jungwacht und Blaurin Gersau, auch noch alte Griechen. In den Kleider von damals sind sie fit für den Härtung-Kampf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020